Hallo liebe Freunde, inzwischen hat die S-Bahn Berlin hier Warnhinweise angebracht, wie man sich verhalten soll. Das ist ja schon mal sehr löblich und sehr hilfreich, aber leider werden die Züge immer noch nicht desinfiziert. Es ist ein Unding, dass die S-Bahn hier in Betrieb ist und Züge nichtmals wenigstens einmal täglich, eigentlich an jeder Innenstation vernünftig desinfiziert werden, um die Bürger vor dem Coronavirus anständig zu schützen. Hier besteht dringend Handlungsbedarf.